So, kennt ihr diese Garage? Ist das die Garage? Ich glaube, das ist die Garage von... Ja, doch! Natürlich, das ist in GTA 4 die Garage von... Na, ihr wisst es. Roman. Der Cousin von Nico. Glaube ich zumindest, dass sie das ist. Joey's Auto Painting Insurance Repairs. Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you, alright? Okay. Hat sehr abrupt geendet, aber hier gibt's Missionen. Ha! Oh, guck mal da hinten. Ah, ah, boah. Die können alle Karate, guck dir das an. Heftig, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voll der Haken. Oh, da muss man hinrennen, stimmt. Das ist ja bei GTA so. Wow, 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 wow. Gibt's eigentlich Blut? Warte, man kann aber hier Blut anmachen. Spieler Setup, Player. Ach, da sind verschiedene... Okay, ich will das, bitte. Ich will das, danke. Gibt es hier Blut, was man einschalten kann? Ich glaube... Ich dachte früher immer, das gäbe es. Nein, das will ich nicht. Sprachen. Ja gut, Deutsch ist ja eh klar. Nö, gibt's nicht. Wow. 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 Okay, lassen wir das. Machen wir die nächste Mission ohne Speichern? Ja, komm, machen wir. Alles klar, machen wir nicht. Gut, wir könnten auch einfach warten. Das ist ja gleich soweit. Wir könnten aber auch zurückfahren, speichern und die nächste Mission von Luigi machen. Warte mal, was ist der mit ihm? Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's, Digga. Ja. Der hat aber... Der hat aber verdient. Was ist jetzt los mit dir? Ich hab dir den Arsch gerettet. Meine Fresse, was ist hier los? So. Stimmt gefälligst. Was willst du, Alter? Kirsten auf den Sender. Spacken, Alter. Oh, fuck. Polizei kommt. In den Krankenwagen. Oh, tschüss. Ich hab damit überhaupt nicht so Mut. Puh. Nix wie weg. Oh, guck mal, eine Abkürzung. Geil. Wow. 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 So, warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie kommen wir denn jetzt? Kommen wir hier? Können wir? Ja, das geht. Sieht sehr gut aus. Aber knapp. Ich muss da halt mal durch. Mein Gott. Oh. Das Auto ist schon ganz schön am flamen da vorne. Siehst du das? Vielleicht behalten wir das mal doch nicht. Ich hab gut. Wenn er nicht weggeht, ist das nicht mein Problem. Wo kommen wir denn? Oh. Moment. Ey. Ey. Arschloch. Taxi. Okay, wir sind im Rotlichtbezirk bei Eddies. Und wir gehen mal schnell speichern und dann... Ja, keine Ahnung. Geben wir halt... Weiß nicht, ist wieder zu Dings. Zu Luigi rüber. Das passt schon. Das ist schon in Ordnung, Gil. Wie gesagt, ich weiß halt nicht... Kann man nicht rennen oder was? Ich glaube, man kann nicht rennen. Musst du schlagen. Ach guck mal, ein SUV. Oh, nice. Weil das kein SUV, das ist ja ein Pickup, aber... Pickup wäre jetzt auch nice. Pickup würde ich jetzt auch echt gerne essen. So. DL stands for Luigi. Die können die Tür noch zumachen, weil... Da einsteigen und dann mal aussteigen. Zack. Sehr gut. Ich wollte sagen, da kommst du doch vorbei, Digga. Was ist bei dir verkehrt? So. Pump-Action-Thriller. Dieser Bart einfach... Okay, 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 okay. Okay, okay, viel Information. Mädchen in seinem Gebiet. Emanation. Wenn wir eine Waffe brauchen. Emanation. 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 Okay, wollte ich sagen, gehen wir doch direkt mal hin. Holen wir uns ein Ballermann. 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 Wir holen uns ein Ballermann. Pam-pam-pam-pam-pam. Äh, warte mal, wo ist denn... Ah, da drüben ist Emanation. Und dann dahinter, hat er gesagt, ne? So. Aha. Oh, Pitalero. An wir sehen das natürlich nicht. Ja? Das ist alles, was es gibt. Ach, guck mal, die Ommis hier. So, Freunde, ich muss mal... Ich muss mal... So. Ja, ja, bleib mal locker jetzt. Tut mir leid, aber ging nicht anders. So, jetzt sind wir in Hepburn Heights. Da müssen wir nicht rein. Hier müssen wir rein. Hui. Oh, diese schöne Brücke hier. Und man kennt... So ein bisschen kennt man die Sachen von GTA tatsächlich. Von GTA 4. Aber eben auch nicht alles irgendwie. Keine Ahnung. Okay, das Auto da vorne müssen wir scheinbar schrocken. Oder irgendwas. Frage ist... Wie machen wir das? Ach so, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich... Moin. Ähm. Oh, gut, ne? Ja gut, was soll ich sagen, ne? Ich meine... Gut war das jetzt nicht. Aber gut, ich hoffe, ihr habt alle nichts gesehen. Das machen wir einfach nochmal. Aber hä? Wieso haben wir denn... Unsere Kugeln haben halt fast nicht getroffen. Ist das wieder diese scheiß... Breitbild-Dings-Geschichte? Warte mal. Ähm... Optionen, Anzeige... Ist das wieder dieses... Frame-Limiter-Scheiß? Vielleicht war das deshalb. Hatten wir das nicht schon mal bei irgendeinem GTA? War das mal Y-City oder irgendwas? Ich meine, wir hatten diese Nummer schon mal gehabt. Toll, hat hier niemand von uns ein Auto? Ach doch, guck mal hier. Ja, nett, Bruder. Danke. Danke dir echt. Ist total nett von dir. Ich bringe es vielleicht auch wieder. Danke. Weil irgendwie hatte ich halt eigentlich schon das Gefühl gehabt, ich hätte voll auf so eine Birne geschossen. Aber als würden die Kugeln halt einfach null ankommen. Und wir hatten das schon mal bei einem GTA gehabt. Und ich glaube, da war es dieser Frame-Limiter. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es nochmal probieren. Pump-Action-Thriller. Bla, 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 bla. So. Jo. El Diablo. Okay. Also, wir probieren es nochmal. Dein Auto ist natürlich auch jetzt ein Traum. Warte mal. Meins, ist es gerade cool geworden, Alter. So, Opa, komm, du kannst eh nicht fahren. Ist ja eine Zubutung für diese Stadt. Capital. Brach. Äh, deine Schuhe sind gerade dein größtes Problem, nachdem ich dich überfahren habe, oder was? Das ist ein scheiß Ernst. Hilfe. Okay. So. Na also. Moin. Oh, ich hab keinen überfahren. Was? Wie ging das denn bitte? Hä? Ach, guck mal, da vorne. El Diablo. Hey. Guck mal, das bringt wieder gar nichts. Ist das vielleicht das Breitbild? Ich hab keine Ahnung. Machen wir das mal aus. Alles klar. Cool. Oh, wir haben eine Pop-Action gekriegt. Oh, und hier los. Ich bin aber weg, ne? Tschüss. Warte. Machen wir sofort. Ich mach aber den Framelimiter wieder aus. So. Die Pistole ist jetzt im Emanation vor Rätig. Juhu. We can buy a pistol now. Ah. Das ist gut. Mal kurz hier rückwärts reinfahren. Mal, irgendwann mal was dorthin kriegen. Das Ding ist, mit der Tastatur, du kannst immer nur... Weißt du, mal nur rückwärts fahren oder gucken? Das ist immer ein bisschen kritisch. Mal ein bisschen nach vorne. Da war das falsche vorne. Aber doch lieber hier hin. So, und jetzt aber. Ah, das ist nice. Weißt du, ob wir die alte Schrottkarre jetzt hier parken, aber... Pass schon. Oh, haben die viele Waffen dabei gehabt, ne? Krass, Idiots. So. Okay. Ach, komm. Na, der ist nicht am Arsch. Wie oft mir das damals passiert ist, ne? Unfassbar. So. Ja, dann holen wir uns mal unsere Karre hier wieder raus. Ach, guck mal, die ist repariert. Das ist immer nett. Wer zieht denn da repariert, Alter? Das ist ein Träubchen. So. Hey, komm, das ist noch der Lackschaden. Macht nix. Vorsicht. Vorsicht. So, ja. Weiß ich nicht. Mach mal... Ja, komm, wir machen mit Luigi einfach weiter. Weil wir könnten auch mal ein bisschen rumfahren, rumcruisen, die Stadt ein bisschen erkunden. Aber ich will jetzt mal ein bisschen Missionen machen. Der Bullenball. Was? Immer so provokant. Wie oft hat er uns eigentlich schon erzählt, dass er Bullen überall hat? Diese Mission an der Zeit, du musst sie beenden, bevor die Zeit... Ach, du Scheiße. Okay, was sollen wir machen? Weniger als vier Girls bei dem Polizeibeall auftauchen. Was? Warte mal, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall vier Verraubungen. Ey. Bruder, raus mit dir. Mein Problem. Taxi sind neulich schnell. Das wissen wir doch. Tschüss, Louise. Komm. Let's go. Okay, müssen wir die da alle hinbringen jetzt oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal ein of Crazy Taxi. Kennt ihr das Spiel? Das ist lustig. Das spiele ich zwischen den Appelsrua. Das ist lustig. Komm, rein mit dir. So. Okay, eine Bitch brauchen wir noch. Äh, ein Mädchen. Ein leichtes. Natürlich meine ich. Entschuldigung. Ich möchte natürlich niemanden diskriminieren. Auch Huren haben ihren Charakter. Auf. Heute noch Mordel. So, was? Was? Wir brauchen vier Girls bei der, bei der Dings, ne? Okay. So ein komisches Polizeiball. Wieso brauchen die eigentlich einen Dritten bei ihrem Polizeiball? Ich verstehe es nicht. Egal. So, warte mal. Hier. Ah, hier müssen wir die hinbringen. Okay. Ja, das sollten wir aber easy schaffen. Tschüss. Das ist halt echt wie Crazy Taxi, ne? Habe ich auch schon mal überlegt, glaube ich, ein bisschen, ob ich ein paar Folgen von Crazy Taxi mal aufnehme, weil das halt echt cool ist. Das macht echt Laune. Oh, da denke ich mir halt immer, so ein alten Schinken will wahrscheinlich nie einer sehen. Jetzt spricht GTA 3. Das ist ja viel aktueller. Hey, hey, hey. Wollt ihr locker bleiben? Wir machen doch mal kurz eine Tour nach da hinten. Wir haben doch noch genug Zeit. Das sollten wir eigentlich schon schaffen. Denke ich. Was ist ja letztendlich? Brauchen wir die alle? Weiß ich halt nicht, ne? Oh, nee, die steht da oben. Oh, ist das dein Scheißernst? Du suchst dir ja die schlechtesten Plätze raus, um nur da zu sein. Was ist denn mit dir los? Deswegen verdient die auch nichts. Komm, rein. Ich muss nochmal kurz... Warte mal, Statistik. Missionsinfos. Wenn wir weniger als vier Girls bei dem Polizeibad auftauchen, wird Luigi sauer. Okay. Ja, mal gucken. Also wir brauchen mindestens vier Weiber dort. Vielleicht schaffen wir es ja alle hinzubringen. Mal schauen, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Vorsicht. Gucken. So. Wir liefern jetzt erstmal gleich die beiden hier noch ab. Dass wir die auf jeden Fall schon mal safe dort haben. Moin. Entschuldigung. Dann hätten wir die nämlich schon mal. Und können uns vielleicht noch in Ruhe um die anderen kümmern. So. Jo. Sposs. So, wir gucken jetzt mal, ob wir die anderen drei auch noch irgendwie hinkriegen. Ach, guck mal, hier ist die eine ja schon. Ach. Was ist das? Was ist das? Ist das ne? Nein, die Straßenlaterne aus Gummi oder wat? Komm rein mit dir. Okay, warte mal. Ich nehme das andere Auto dahin. Ja, ja. Ich weiß. Da ist der Ho-Train. Komm rein. So, warte. 1,15. Ja, 1,15. Schafft man das noch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die noch kriegen. Ey, was ist das denn für Straßenlaternen, Alter? Das ist übertrieben. Wie man da so weggetotzt einfach. So, Bomm. Wie man da mit der einen ist hier links, äh, rechts. Ja, mal gucken. Komm ran, Chantal. Oh, no, good. Okay, kann man mal durchfahren. Das ist gut. Kleine Abkürzung. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Die eine steht halt einfach zu weit weg. Wow. Guck mal, wo steht sie rum, Alter? Wo steht sie? Guck mal. Guck mal. Hä? Hä? Was ist los mit dir? Ich denke, nee, 15 Sekunden, das schaffen wir nicht. Leider schaffen wir das nicht. Aber das müsste doch eigentlich passen, oder? Boah. Was? Okay. Nice. Freunde. Bin aber weg, ne? Gut. So kann man Nutten natürlich... Guckt euch das bitte nicht ab. So kann man Nutten natürlich auch aus dem Weg schaffen, ne? Das war nicht mal Absicht, ja? Also... Oh, guck mal. Oh, was aber denn hier schön ist. Moin. Tschüss. Was ist mein Hass mit Willkill You? Was ist mit dir los? Finde ich das aber frech. Das finde ich frech. Gleiche Morddrohungen aussprechen, nur wenn man ein Auto ausgeliehen hat, ne? Aber ein schönes Auto, so ein schöner Sportkarre. Geil. Okay, wir gehen natürlich gleich speichern. Warte, hier müssen wir rein. So, natürlich fahre ich jetzt vorwärts hier rein. Oder auch nicht. Mal gucken. Warte. So. Weichern. Nice. So. Puh. Schön. Das leuchtet wie ein Schnürchen hier. Warte, wir bauen unsere schöne Karre. Und wir fahren nämlich jetzt zu Joey. Zu dem Typen von Misty, der... Keine Ahnung, irgendwas für uns hat. Mal sehen. Die alte Butterbeer noch von uns will. Das Auto heißt, glaube ich, übrigens Mafia, ne? Krass. Okay, mal gucken, wann wir links müssen. Oh. Toll. Was ist mit dir los? Alles klar. Hat der irgendwelche Probleme gehabt? Oh, hier geht es nicht weiter. Toll. Oh, hier geht es ja doch weiter. Huch. Hä? Was ist denn passiert? Oh, weil das Sportauto echt schön war. So. Hey, warte mal. Hey, hey, hey. Mike. Mike. Lipps letzte Lasagne. In a moment, Sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lipps Ferrelli is stuffed in his fat face in the St. Mark's Bistro. So steal his car and take it to Eight Ball's Bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be in forever. Thank you. Thank you. Vielen Dank.